Guten Morgen! Ich begrüße alle ganz herzlich zum guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB. Es ist Montag, der 14. August 2023. Ich bin aus meiner Woche Urlaub wieder zurück. Ich freue mich riesig hier sein zu dürfen. Und wir wollen natürlich uns einen Blick auf die jüngsten Entwicklungen gönnen. Wir haben jetzt im Nasdaq angefangen, dann doch eine ausgeprägte Korrekturbewegung hinzulegen. Wir sind am Freitag unter 15.000, also zumindest im Cash-Bereich, gerutscht an dieser Stelle. Der Future noch nicht, aber nichtsdestotrotz. Das könnte ja vielleicht noch folgen, so in einem finalen Flasch-Moment. Ich hatte in den letzten Guten Morgen Börse durchaus mal dieses Zenario thematisiert gehabt, dass es dort einen Lauf in Richtung des 50er EMAs geben könnte. Also 50 Tage gleitender Durchschnitt. Exponentiell, aber es spielt keine Rolle, ob es der SMA ist oder der EMA. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, dass wir jetzt in diesem Bereich vorgestoßen sind. Und vielleicht infolge auch der Inflation, besonders aber der Entzeugerpreise, die wir letzte Woche zu sehen bekommen haben. Das ist auch Donnerstag beziehungsweise Freitag. So ein bisschen die Sorge jetzt aufkommt, die vielleicht die fette in Geldpolitischen Kurs dann doch länger als erwartet auf dem derzeitigen Niveau verweilen lässt, sodass es restriktiver sich präsentiert. Jetzt aber das Interessante in diesem Zusammenhang. Genau dort haben wir jetzt eben so einen Moment vielleicht gefunden, dass dann doch vielleicht zu viel Skepsis reinkommt. Und nach einer jetzt an Anführungsstrichen ausgeprägteren Korrekturbewegung, die wir jetzt zu sehen bekommen haben, vielleicht dann zumindest kurzfristig sich gegen diesen Bereich käufer finden und es dann zu einem Bounce kommt. Das könnte auch interessant werden für einige Einzeltitel. Im Halbleiterbereich beispielsweise in der AMD, auch in SMH ganz besonders, also der Semiconductor-Bereich, das ist der ETF auf den Semiconductor-Bereich. Wir haben dort eine relativ ausgeprägte Korrektur. Nächste Woche haben wir die NVIDIA-Earnings. Also das ist in Summe eine ganz, ganz interessante Konstellation. Und wir müssen uns auch tatsächlich auf diese technische Warte auf jeden Fall fokussieren, weil ganz dünner Wirtschaftskalender jetzt zum Wochenstart, keine Earnings, die groß eine Rolle spielen. Aber wie gesagt, wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, ein interessantes Bild zu skizzieren. Bevor wir damit gleich in wenigen Minuten ganz offiziell beginnen wollen, einen Blick auf die X-Station werfen, zunächst einen Blick auf den Risikohinweis. Deviso und CFD sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet und gehen mit dem hohen Risiko hinher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann kostenlos auf xdb.com.de eine Demo herunter, teste den Handel risikofrei, schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, natürlich ein Live-Konto zu eröffnen. Alle Informationen diesbezüglich vollständiger Risikohinweis auf xdb.com.de. Darüber hinausgehend, nutz gerne die Möglichkeit, einmal xdb, beziehungsweise deren Kundensupport, persönlich zu kontaktieren, wenn ihr Fragen haben solltet, zur Produktpalette, zum Einrichten der Handelsstation, zur Handelsstation selber, zur X-Station und dergleichen. In eigener Sache, kurz der Hinweis, alles, was ich hier präsentiere in wenigen Minuten, ist rein edukativ, rein informativ. Bitte nicht als Anlageempfehlung missverstehen. Das heißt also, ich liefere gerne Ideen, ich liefere gerne Gameplans, wie ich die Situation erachte. Könnt gerne unterhalb des Videos Fragen stellen, sollten diese aufkommen. Aber dann trefft ihr eure Handelsentscheidung in Eigenverantwortung an alles, was ich hier präsentiere, rein informativ, rein edukativ. Hier haben wir die Kontaktdetails von xdb, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, wie gesagt, wenn ihr dort Rückfragen haben solltet. Kurz zu xdb, bester CFD-Broker des Jahres 2023 bei der Brokerwahl geworden. Die Gründe, die dazu geführt haben, findet ihr hier in der Mitte einmal aufgelistet. Ein Grund, mit Sicherheit, die xStation, auf die wir jetzt einen Blick werfen wollen, wo wir zunächst beginnen wollen mit dem DAX. Wie gesagt, rangegebunden, nicht wirklich interessant, ehrlich gesprochen, das hat sich auch innerhalb der letzten Handelswoche nicht wirklich groß verändert. Anders als beispielsweise, wie wir gleich sehen, wäre der Nasdaq oder auch der S&P. Also im DAX, da wäre ich sehr, sehr, sehr zurückhaltend. Schauen wir mal, ob wir vielleicht eine Attacke auf die 15.800 jetzt zum Wochenbeginn zu sehen bekommen. Wenn diese Attacke ausbleibt, sind wir da vielleicht doch gut für einen Bounce zurück über die 16.000er-Marke, aber wirklich interessant scheint mir das nicht. Wesentlich spannender, wesentlich interessanter die Situation, wie wir sie im Nasdaq eben vorfinden. Und da haben wir jetzt einmal hier diesen gleitenden Durchschnitt, den EMA 50 auf Tagesbasis, den wir hier sehen können, wo wir eine Attacke darauf zu sehen bekommen haben. Und wenn wir den Chart ein bisschen zusammenstauchen, vielleicht hat der eine oder andere das auch schon in irgendwelchen Guidelines zum Beispiel mal gelesen oder gesehen, dass immer mal wieder der EMA 50 thematisiert wurde. Das ist nicht so, dass der Punkt genau getestet wird, aber man kann gegen den EMA 50 in trendigen Märkten, in trendigen Umfelden ein Interesse ausmachen. Also es ist ein potenzielles Action-Level, was dann gerne als Unterstützung, auch Widerstand eben fungiert. Und wir haben also Aufwärtstrend Unterstützung, Abwärtstrend logischerweise Widerstände. Und wir sehen eben in diesem Zusammenhang hier in der jüngeren Vergangenheit, als Orientierung hat der häufig dann durchaus fungieren können. Es gab sicherlich mal Momente, wo wir stärker drunter gepusht sind, aber kein weiteres Momentum eben aufkam. Und das Gleiche gilt dann auch hier auf der Unterseite. Kurze Spikes mal drüber, in irgendeiner Form zu sehen bekommen, die dann aber wieder abverkauft worden sind. Und ja, wir sind genau jetzt in diesem Schlüsselbereich eben vorgestoßen. Wir sitzen jetzt im übertragenen Sinne auf diesem EMA. Wäre nicht auszuschließen, dass wir hier an dieser Stelle eventuell einen kurzen Bounce zu sehen bekommen, Käufer rein kämen. Ob das dann in der Lage ist, eine erneute Attacke auf die Jahreshochs auf den Weg zu bringen, das bliebe natürlich an dieser Stelle abzuwarten. Meine Linie im Sand hier an der Stelle wäre auf 30 Minuten Basis, da kann man hier erkennen, haben wir keine grüne Linie, sondern eine schwarze Linie. Das lässt sich hier in der X-Station wunderbar einfangen. Wenn wir zum Beispiel auch mal draufklicken, kann man nämlich hier sehen, man hat die Sichtbarkeit. Das habt ihr eventuell schon mal gesehen. Und da kann man sagen, in welcher Zeitebene möchte ich das angezeigt bekommen. Jetzt in dem Fall haben wir hier den EMA 65. Jetzt würde man sich sagen, 65 ist eine interessante Aggregation. Wie kommt die zustande? Relativ einfach. Ich habe das mal hier vorbereitet. Also Handelszeit an der Wall Street, in den US-Aktien, 6,5 Stunden von 15.30 bis 22 Uhr oder 9.30 bis 4 Uhr nachmittags, Eastern Time, New York. Das sind 6,5 Stunden. Wir haben jetzt hier einen 30-Minuten-Chart, also haben wir 13 Handelsstunden oder 13 Candles für einen Handelstag. Dann haben wir 5 Handelstage. 5 mal 13 sind 65. Also gucke ich mir im übertragenen Sinne hier den EMA 5 auf Tagesbasis an mit einem EMA 65 auf 30-Minuten-Basis. Nichts anderes mache ich an der Stelle. Und da möchte ich gerne sehen, um hier eine Aufhellung zu sehen mit dem Potenzial für eine vielleicht Gegenbewegung. Mal gucken, ob wir dann ein höheres hoch ausbilden oder ob ein tieferes hoch ausbilden. Das steht alles erstmal hier. Welcome in den Sternen. Aber dass wir zumindest mal diesen Bereich eben um diesen EMA zurückerrunden. Verläuft aktuell ungefähr um 15.150. Mal gucken, 15.200 Tage Schlusskurs drüber. Wäre vielleicht ein Signal, Käufer sind jetzt wieder in Anführungsstrichen in Control. Und dann wäre denkbar, dass wir eben eine Gegenbewegung oder mal eine Aufwärtsbewegung vielleicht hier initiieren. Nochmal den Gefilde 15.450. 15.500 Punkte ungefähr auf der Oberseite. Das wäre durchaus mal etwas, was dann lohnenswerter ist. Aktuell keine Eile. Wir warten. Wir haben einen dünnen Wirtschaftskalender. Wir können hier in der X-Station uns ja die News-Events anschauen. Wir sehen hier, ich habe den Filter ja eingerichtet mit diversen. Da kommt heute gar nichts. Erst morgen haben wir wirklich hier News. Das gleiche gilt auch aus der Fatalsbericht-Saison an dieser Stelle. Da können wir hier an dieser Stelle auch erkennen. Keinerlei große Impulsgeber. Vielleicht Ginkgo Solar. Vielleicht mal gucken. Müsste man gucken. Aber morgen nach Home Depot. Target. JD eventuell ganz interessant. Chinesische ADRs. Wir haben eine Walmart am Donnerstag. Wir haben dort eine Bilibili aus China wieder. Zu den chinesischen ADRs. Wir haben eine XPath in den Wochenschluss hinein. Also dünn auf jeden Fall. Earnings. Aber nichtsdestotrotz immer noch was, was interessant werden könnte. Nvidia dann nächste Woche. Apropos Nvidia. Apropos an dieser Stelle Halbleiter. Wenn wir uns eben den Nerstack hier anschauen und dieses mögliche Bounce-Potenzial zum Thema machen, dann könnte es an dieser Stelle ja auch sein, dass in dem Fall die Semis interessant werden. Semis auch jüngst mit wirklich relativer Schwäche. Und das hat man auch gesehen, ganz besonders in der Nvidia beispielsweise hier. Relativ scharf zurückgekommen. Ganz interessant, weil wir kommen jetzt in Anführungsstrichen verhältnismäßig schwach in die Earnings rein. Jetzt gucken wir mal, wie die da nächste Woche veröffentlicht werden. Das könnte sein, dass wir hier ein Sell the Rumors by the News zu sehen bekommen. Also das heißt, hier vielleicht erneut eine positive Überraschung. Dann hätte sich herauskristalliert, dieses massive Gap auf der Oberseite auf neue Allzeithochs. Das ist ja begünstigt worden durch ein massives Übertreffen der Guidance der Wall Street in der Nvidia. Auch hier muss man allerdings sagen, aus der rein technischen Perspektive, wir sehen dennoch schon relativ stark überdehnt aus auf der Unterseite. Und was dann ganz interessant ist, ist beispielsweise auch mal einen Blick zu werfen auf eine AMD. Und da handeln wir an einem Schlüsselbereich. Ich hatte die eigentlich auf dem Schirm. Also ich habe letzte Woche natürlich in den Wochenstil schon mal reingeguckt. Inflationszahlen, Erzeugerpreise, wie sind die veröffentlicht worden, die Reaktion des Marktes darauf. Und hatte in dem Zusammenhang auch AMD mit einer 100, 807 ungefähr auf der Unterseite hier als möglichen Breakout-Level für die Unterseite. Jetzt wird es aber interessant. Wir sind bis dato in der Lage, zumindest hier den Bereich zu halten. Trotz eines übergeordnet, wir haben es gerade hier im Hextech ja gesehen, eher schwachen Umfeldes insgesamt und auch relativ schwachen Vorgaben in den Semis generell. Und jetzt könnte man hier sich durchaus auch mal geneigt sehen zu sagen, hm, wenn wir die 100, 708 halten und dann kommt ein Bounce zustande, wäre AMD vielleicht kein Breakout-Kandidat für einen Lauf tiefer, sondern eher ein Kandidat für einen Bounce zurück über die 110. Was übrigens mal eine Linie im Sand wäre, wo ich dann gerne sehen wollen würde, dass wir die zurückerobern und halten können. Auch, dass ich davon ausgehe, dass wir vielleicht Richtung 115 uns nochmal aufmachen, sollte solch ein Bounce eben stattfinden. Also, das wären auf jeden Fall meine Einschätzungen soweit. Wie gesagt, nach der jüngsten Korrektur eher Potenzial für einen Bounce. Wir sind im Schlüsselbereich. Ich wäre nicht überrascht, wenn Käufer reinkämen im derzeitigen Umfeld. EMA 50 im Narshtag könnte Auswirkungen haben, wie oben auf den Semiconductor-Bereich, der auch Abschläge gesehen hat. Jüngst vielleicht dann als Parallelplay vielleicht und jüngst heiß gelaufener Index mit einem Rücksetzer jetzt interessant erachtet wird. Und dann sind die Einzeltitel, ganz besonders nach AMD, vielleicht hier mit der 100, 708 von Interesse. Soweit meinerseits. Dann schauen wir morgen wieder auf die Märkte. Gemeinsam hier mit XDB zum Guten Morgen Börse. Happy Trading. Passt auf die Sops auf. Wir hören uns morgen. Habt euch wohl. Bis dann. Und tschüss. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.